Die erste Prämisse, wir haben vier insgesamt, heißt Ceteris Paribus. Ceteris Paribus, ja, da staunen sie. Paribus, Paribus. C, Ceteris mit C und dann Paribus, wie man spricht. Ceteris, C, E, T, E, R, I, S und Paribus, P, A, R, ja, zwei Worte. Und damit das nicht so auffällt, kürzen, das können Sie natürlich auch machen, Ceteris Paribus, ja, beides klein. Sie können das noch subtiler machen, Sie können das abkürzen. C Punkt, P Punkt. Ja, das ist die zentrale Lebenslüge der Betriebssetherslehre. Ceteris Paribus. Das kann man nur erkennen, wenn man das Ganze von der Wurzel her aufzählt und genau das tun wir hier. Die meisten Leute steigen in ein Gebiet viel zu hoch ein, ja, bei den Blättern und den Maserungen der Blätter. Niemand schaut auf den Baum und auf die Wurzeln des Baumes. Wir sind gerade an den Wurzeln des Baumes. Ich hoffe, Sie merken das. Und wir sehen, welche infamen Lügen sich dort an den Wurzeln befinden. Das sehen wir nicht, wenn wir oben auf die Blätter schauen. Das sehen wir nur, wenn wir unten schauen an den Wurzeln. Ceteris Paribus ist die infamste Lüge der Betriebssetherslehre. Das heißt auf Deutsch, alles Übrige, Ceteris, Sie kennen etc., ne, unters Übrige. Alles Übrige, Paribus, Parität kennen Sie, bleibt gleich. Alles Übrige bleibt gleich. Oder unter sonst gleichen Bedingungen, so könnte man es auch sagen. Ja, unter sonst gleichen Bedingungen oder alles Übrige bleibt gleich. Die infamste Lebenslüge der Betriebswirtschaftslehre. Wir verändern zum Beispiel nur den Preis und unterstellen in unserem Modell, dass alles andere gleich bleibt. Die politische Situation, das Klima, die Stimmungslage, alles bleibt gleich. Es wird nur der Preis geändert in unserem Modell und wir gucken jetzt, was passiert. Sehen Sie jetzt, warum das alles nicht funktioniert? Normalerweise müsste doch jeder, der BWL studiert hat, den Marschallstab im Toniste haben. Das heißt, der müsste wissen, wie er ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut. Ich sage Ihnen, er weiß es nicht. Der ist verwirrt auf einem höheren Niveau, dass das was rauskommt. Der war vorher verwirrt, jetzt hat er das Studium gemacht, jetzt ist er immer noch verwirrt, nur auf einem höheren Niveau. Das ist der einzige Unterschied. Er kann jetzt mit schlaueren Worten Blödsinn reden. Die Begrifflichkeit ist etwas gestiegen, die Skala seiner Begrifflichkeiten. Der hat jetzt schlauere Worte drauf. Das ist der Unterschied. Verwirrung auf einem höheren Niveau, das ist das, was rauskommt nach fünf oder sechs Jahren BWL-Studium. Aber nicht die Kompetenz, ein Unternehmen aufzubauen oder zu führen oder so etwas. Warum? Hier ist eine Erklärung, Ceteris Paribus unter sonst gleichen Bedingungen. Das ist bloß nicht so. Es ändert sich nicht nur der Preis, es ändert sich ständig alles. Das Klima ändert sich. Die Stimmung ändert sich. Haben Sie sich schon mal morgens anders gefühlt als abends? Morgens, abends, euphorisch? Ist das schon mal passiert? Sehen Sie? Das geht anderen Menschen auch so. Ja? Das geht anderen Menschen auch so. Haben Sie schon mal aufgrund einer solchen Gefühlssituation eine andere Entscheidung getroffen, als wenn Sie euphorisch waren? Sehen Sie, das geht anderen Menschen auch so. Ja? Aber wir sagen, alles bleibt gleich. Ja? Abgesehen davon, und jetzt kommt ja die nächste Lebenslüge, Von welchem Menschentyp gehen wir denn auf? Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video. Klicke mal auf den Link